Hallo! Hallo! Hi! Ich mache meine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Ich mache ein duales Studium im International Management. Ich mache die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Ich mache ein duales Studium in internationaler BWL. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce. Kaufmann im E-Commerce. Entweder um neun oder um zehn. Meistens um halb neun, wenn ich pünktlich bin. Um neun oder um zehn. Meistens so zwischen acht und neun. Kommt immer ein bisschen drauf an, welche Bahn ich kriege und so. Je nachdem, wann ich aufstehe. Zwischen acht bis neun. Zwischen acht und neun. Meistens halb neun. 50 Prozent auf Klamotten einmal im Monat. Das ist ein bisschen lame, aber ich glaube Mitarbeiterrabatte. Der Fifty im Monat, sprich 50 Prozent einmal auf eine Ware im Laden. Das Sportangebot, also Fitness und Fußball, Laufen. Die Events, ja. Der Mitarbeiterrabatt. Seid einfach offen, seid ihr selbst und dann kann es nur gut werden. Dass man nicht so viel Verkrampftheit rangeht. Also ich glaube, dass alles relativ locker und entspannt ist und dass man ein gutes Miteinander hier hat. Authentisch zu bleiben. Sich einfach mal zu bewerben und im Zweifel beim Gespräch herauszufinden, ob es passt oder nicht. Einfach machen. Einfach sich bewerben, gucken was rauskommt. Wir sind ein cooler Laden, coole Leute. Einfach machen. Einfach ausprobieren, wenn man Bock drauf hat. Einfach raus. Bitte. Gerne. Bitte. 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 Bitte.